Hey Leute, hier ist der Marc und willkommen zu einem neuen Video und zwar ein Infovideo. Wir gehen die neuen Patch Notes zum Oktober-Update 2019 durch, was gerade hier online gekommen ist. Das Update wird auf den 21. Oktober auf die Server hochgeladen sozusagen. Die Wartungszeiten, das fängt morgens um neun an und dauert dann wieder wie gewöhnlich drei bis dreieinhalb Stunden, bis die Server dann wieder funktionieren und der Download quasi bereitgestellt wird. Und ja, größer sind zwei Gigabyte und wir schauen uns auf jeden Fall das Ganze an. Was natürlich sehr interessant ist, ist hier gleich der erste Punkt und zwar die Änderung am Erwerb der Kapitäne. Dort haben sie ja gesagt, dass es da auf jeden Fall Unterschiede geben wird. Und da schauen wir jetzt mal, dadurch, dass die Community halt immer wieder nachgehakt hat und Änderung wollte, haben sie jetzt da drauf quasi reagiert und ja, schauen wir mal die Sachen, was sie jetzt geändert haben. Also als erstes, internationale Kapitänspacks erhalten standardmäßig stets neue Kapitäne, was natürlich geil ist. Gerade wenn neue Nationen rauskommen, ist es halt so, dass es halt ja immer nervig war, dass ihr quasi sehr oft Duplikate der alten Nationen hattet, die ihr eh schon hoch hattet. Und ja, internationale Packs erhalten standardmäßig stets neue Kapitäne, es sei denn, ihr besitzt bereits alle Kapitäne, denn es ist halt natürlich wieder so random wie vorher. Aber das ist ja auch in Ordnung, sage ich mal, weil vorher möchte man ja halt, irgendwann möchte man ja sozusagen ja auch dann die Duplikate kriegen, wenn man halt über den Kapitänen halt hinaus welche öffnet. Außer Anton Gurin und Jersky Sversky. Der Anton Gurin war bei der Founders Edition dabei. Das ist ja momentan der einzige russische Kapitän und der Jersky Sversky, der Bliska Vika. Die können halt nicht drin sein, auch wenn man diese halt nicht besitzt, kriegt man die nicht, weil es halt, ja, Kapitäne waren, die bei Schiffen dabei waren, was halt auch okay ist. Sobald sich alle Kapitäne in eurem Besitz befinden, werdet ihr Duplikate erhalten. Das ist halt alles wie gehabt, das ist auch in Ordnung. Als zweites, nationale Kapitänspacks erhalten stets neue Kapitäne einer bestimmten Nation. Das ist natürlich auch nice, dass ihr halt quasi auch erst dort diese halt voll kriegt. Es sei denn, ihr besitzt bereits jeden Kapitän der entsprechenden Nation. Sobald sich alle Kapitäne einer bestimmten Nation in eurem Besitz befinden, werdet ihr Duplikate erhalten. Also ähnlich wie beim ersten Punkt. Duplikate gewähren nach wie vor persönliche Auszeichnungen. Also mit den Legendary Leveln hat sich da soweit nichts geändert. Und als nächstes, wenn ihr persönliche Auszeichnungen für einen Kapitän erhaltet, der bereits den legendären Rang 4 erreicht hat, werden aus den persönlichen Auszeichnungen allgemeine Auszeichnungen. Das heißt, wenn halt einer Max Level ist und ihr wieder diesen zieht, dann kriegt ihr halt quasi eine allgemeine Auszeichnung, die ihr dann ja quasi für jeden Kapitän nutzen könnt. Nummer 5 ist bereits zusätzlich vorhandene Auszeichnungen für legendäre Kapitäne. Auf Rang 4 werden ebenfalls in allgemeine umgewandelt. Also für alle, die jetzt vorher schon das Problem hatten, dass sie noch persönliche Auszeichnungen für bestimmte Kapitäne hatten. Die können diese quasi dann nach dem Update für alle Kapitäne erwerben, was geil ist. Und einige der Kapitäne werden für Kapitäns-EP zu einem Preis von 1 Million pro Kapitän und Shop erhältlich sein. Das ist natürlich nice. Kapitäns-EP sind halt sehr, sehr viel im Überfluss aktuell vorhanden, gerade bei den Field-Spielern. Und ja, das ist natürlich nice. 1 Million ist natürlich nicht wenig, aber ich sag mal, wenn man halt eh diese Kapitäns-EP nicht ausgeben kann, kann man sich das halt schon überlegen, ja, dafür den einen oder anderen Kapitän halt zu wählen. Ich bin mal gespannt, welche da drin sein werden im Shop. Müssen wir mal gucken, ob es da ein Hotel schon gibt oder ob wir da permanent halt bestimmte haben, vielleicht von jeder Nation und jeder Klasse ein oder so als Beispiel. Dann müssen wir mal schauen, wie sich das entwickelt. Das ist auf jeden Fall auch interessant. Bitte beachtet, dass dieses Feature phasenweise eingeführt wird. Phase 1 betrifft eine bestimmte Anzahl an Kapitänen. Und soweit wir von allen Aspekten des Features überzeugt sind, fügen wir weitere. Okay, das ist ja mehr oder weniger das, was ich eben gesagt habe. Das wird halt so eine Rotation geben, wenn das halt sich bewährt. Das ist in Ordnung. Für ungeöffnete Kisten, die ihr während der vorherigen Updates gehalten habt, gelten die neuen Regeln nicht, da der Inhalt bei Erhalt des Pucks festgelegt wird. Das ist halt wie normal. Das kann man natürlich verstehen. Das hatten wir ja schon öfter. Also ich kann euch empfehlen, quasi eventuell, auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen doof klingt, aber jetzt quasi Sonntag eventuell sogar ein bisschen weniger zu spielen, um dort halt noch nicht die wöchentliche Kiste freizuschalten. Weil wenn ihr quasi Sonntag die neue Quest bekommt und diese fertig macht, dann habt ihr wahrscheinlich ein Duplikat drin. Und wenn ihr quasi bis Montag wartet, wo das geändert wird, werdet ihr wahrscheinlich einen neuen Kapitän kriegen. Ja, würde ich wahrscheinlich so hantieren. Je nachdem, wenn ihr natürlich alle schon habt, dann ist das natürlich kein Problem. Bestimmte Kapitäne könnt ihr so oft für Kapitäns-EP kaufen, wie ihr möchtet. Ihr erhaltet persönliche Auszeichnungen, um deren legendären Rang zu erhöhen. Interessant wäre dann natürlich auch, ob die dann vielleicht vergünstigt sind. Weil ich sag mal, ein neuer Kapitän für eine Million finde ich halt okay. Aber dann halt mehr oder weniger ein Duplikat zu kriegen für eine Million EP, finde ich dann halt schon wieder krass überteuert. Von daher müssen wir mal abwarten, wie das sein sollte. Solltet ihr Kapitäns-Packs besitzen, die ihr noch nicht geöffnet habt und ihr erhaltet Duplikate, ohne alle Kapitäne einer Nation zu haben, weist das darauf hin, dass sich die fehlenden Kapitäne in den ungeöffneten Packs befinden. Okay, das ist natürlich so, wenn man quasi die Pakete kauft, angenommen, euch fehlt noch ein Kapitän, ihr kauft ein 10er-Pack als Beispiel. Das System weiß halt schon, wenn sozusagen in Container 5 der neue Kapitän drin ist. Und im ersten Container oder in den ersten 4 Container können dann halt trotzdem Duplikate kommen, weil das System, die Container sozusagen, das Spiel schon weiß, im 5. Container ist der neue drin. Also da müsst ihr euch nicht wundern, das ist halt damit gemeint. Und ja, Feldzug jagt auf die Atago, das ist natürlich richtig nice. Das wurde ja schon auf der Gamescom angekündigt. Die Atago, Stufe 7 Kreuzer der japanischen Nation, wird in Feldzug erspielt sein. Das ist natürlich richtig strong. Die Atago ist auch am PC ein Schiff, was wirklich stark ist, was immer noch teilweise sogar im Competitive auf Stufe 8 am PC quasi verwendet wird. Hier ist es ja Stufe 7. Also auf jeden Fall ein Schiff, was ich empfehlen würde zu erspielen. Gerade weil es halt wieder ein T7 Premium ist und ich weiß nicht, wie teuer die Admiralität ist. Wahrscheinlich wieder 2.500. Wird sicherlich gleich noch unten stehen. Lesen wir uns mal erstmal da durch, was hier oben steht. Im Mittelpunkt eines neuen Feldzuges, der aus 95 Stufen besteht und sich über 5 Wochen erstreckt, steht der berühmte japanische Kreuzer Atago. Sie bietet eine hohe Geschwindigkeit, großartige Verborgenheit, einen exzellenten Torpedo-Abwurfwinkel, beeindruckende Sprenggranaten, sowie eine gute Manövrierbarkeit. Und zu guter Letzt, die Atago ist ausgerüstet mit Sonar, einem Katapultjäger und dem Verbrauchsmaterial Reparaturmannschaft. Das ist natürlich eine nice Reparaturmannschaft jetzt hier bei der Atago. Also, die Graf Spee und die Darnay hatten ja schon eine Reparaturmannschaft. Das ist jetzt quasi der erste High-Tier-Kreuzer, der wirklich eine Reparaturmannschaft hat. Und ihr wisst, das ist sicherlich das eine oder andere Mal oder eigentlich immer notwendig, da mal mit einem Kreuzer, gerade im High-Tier, mal so ein Heal zu haben, weil ihr kriegt ja doch schon, gerade wenn viele Schlachtschiffe im Game sind, doch einiges an Schaden, wenn ihr da nicht aufpasst. So, wenn ihr ohne Atomirals-Unterstützung spielt, könnt ihr folgende Belohnung erhalten, falls ihr jeden Meilenstein freischaltet. Okay, das ist auch nice, dass es jetzt hier direkt gekennzeichnet wird, sozusagen, dass man hier die Übersicht hat. Ja, bei den letzten Patchen war es halt so, dass es halt immer von der Community das ausgerechnet wurde. Jetzt haben sich die Entwickler oder das Dev-Team direkt gedacht, komm, schreiben wir das direkt in die Liste rein, warum nicht, ist nice. Und wir schauen mal, was denn wirklich sehr Interessantes dabei ist, bei denen, also wenn man halt keine Dublonen ausgibt für den Feldzug, die interessanten Sachen. Ich sag mal, ja gut, ein paar Booster sind nett, ein paar Tarnungen sind nett, ja gut, globale EP sind natürlich immer nice, ja, Kapitäns-EP sind nett, sag ich mal, wenn man halt diese jetzt umtauschen kann, Kreditpunkte 300.000, und gut, 13 Beförderungsfehler sind natürlich nice, um eure Kapitäne zu leveln, ein Abzeichen ist geil, zwei Auszeichnungen sind geil, fünf Tage Premium, 500 Dublonen sind geil, drei Halloween-Kisten, wo ihr quasi noch die Tanks auf den Wakatake und St. Louis-Skin bekommt, sozusagen, das ist natürlich auch ganz nett, allerdings sind das halt T2-Schiffe, in einem japanischen Kapitäns-Container, ich sehe den auch, was geil ist, und, ja gut, ein Aufnäher-Symbol, Messer, das ist, ja, mehr oder weniger Geschmackssache hier, auf dem Bild schon zu sehen, das ist quasi das, den Aufnäher, den man sich quasi frei spielen kann, was natürlich nice ist, und der Gesamtwert der Belohnungen in Dublonen beläuft sich auf 15.570, das wäre quasi wahrscheinlich hier von der Wert, was man sich quasi gratis erspielen kann, und, ja, solltet ihr jeden Meilenstein mit aktiver Admiralitätsunterstützung freispielen, dann kriegt ihr natürlich jetzt hier nicht nur die untere Seite, sondern auch die obere Seite, die obere Seite ist in der Regel halt noch ein bisschen hochwertiger, wo dann halt auch die Atago dabei ist, dort ist natürlich, ja, ganz klar, die Atago halt, das Sahnehäubchen, richtig, richtig geil, ich sehe aber, es ist hier nirgends drinne, wie teuer jetzt eigentlich die Admiralitätsunterstützung ist, ich vermute mal, dass es wieder 2.500 sein werden, wenn es 2.500 sein sollten, würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, auch wenn ihr vielleicht noch nicht der oberkrasseste Kreuzerfahrer seid, für 2.500 Dublonen, wenn ihr eh genügend spielt, und quasi jede Woche die wöchentlichen Aufgaben fertig kriegt, lohnt sich das auf jeden Fall, Stufe 7 Premium Schiff hier freizuspielen, kann ich euch nur ans Herz legen, das ist auf jeden Fall eine geile Sache, ah genau, hier steht es auch drinne, 2.500, habe ich mir schon gedacht, und ja, was ist hier noch geil, okay, ein Hintergrund, wer drauf steht, ein paar Booster, ein paar Tarnungen sind nett, hier nochmal ordentlich globale EP, 40.000, ist natürlich nicht ohne, es gibt auch richtig fett, Beförderungsbefehle und Abzeichen, also 37 Beförderungsbefehle, und 4 Abzeichen, überlege gerade mal, ist das jetzt hier die Aufzählung, nur für die Admiralität, oder beides zusammen, mit erhaltet ihr folgende, müssen wir mal gucken, steht Aufnäher, Symbol, Messer hier auch drinne, also das steht hier nicht drinne, also das ist halt das, was man wahrscheinlich noch als extra oben drauf kriegt, ein spezieller Aufnäher, und ein Hintergrund, ich denke mal, das ist der Aufnäher Messer, der damit gemeint ist, und dann gibt es noch einen zusätzlichen Hintergrund, ich mache stark von aus, das ist zwar jetzt nicht ganz eindeutig, hier auszulesen, aber das müsste quasi das sein, was ihr quasi kombiniert bekommt, aus beiden, also wenn ihr quasi den, einmal den Freepass, also ohne Admiralitäts, und mit Admiralitäts, beides zusammen gerechnet, kriegt ihr das raus, was halt, ja, 62.500 Dublonen an Wert wäre, was natürlich richtig nice ist, und, ja, ich würde euch aber auf jeden Fall empfehlen, die jetzt nicht unbedingt am ersten Tag, da durchzuklicken, sondern einfach wirklich, die zu erspielen, weil ihr könnt ja wirklich so viele schöne Sachen, für richtig wenig erspielen, für 2.500 Dublonen sozusagen, könnt ihr euch halt, Sachen im Wert von 62.500 Dublonen erspielen, das ist halt einfach, verdammt geil, würde ich sagen, aber wer es natürlich möchte, kann es natürlich, auch für Dublonen halt durchklicken, wer halt nicht die Zeit hat, oder wer, ja, nicht die Geduld hat, das kenne ich selber halt auch ein bisschen, kann ich das halt auf jeden Fall auch verstehen, aber ich persönlich werde mir das auf jeden Fall alles, ja, erspielen, für 2.500 Dublonen Einsatz. So, dann kommen wir hier zur Transsilvania Schützen, zum Feldzug, unser allererstes PvE-Gefecht beginnt am 26. Oktober, und dauert 9 Tage, das Unternehmen ist für Spieler zugänglich, welche die Kontostufe 7 erreicht haben, eure Aufgabe ist es, der Transsilvania, im Verlauf des Events, gegen Wellengegner, Schadzi-Kasa, das sind halt Mikasas, also Mikasa sind Schlachtschiffe, russische Schlachtschiffe, gibt es aktuell noch nicht in Legends, kommt vielleicht auch irgendwann nochmal rein, Schiffe und Katapulte, Gleitschutz zu geben, die Gegner zu besiegen, und schließlich Rasputin, Rasputin ist eine Imperator Nikolai, ist halt ein sehr, sehr starkes Schiff, gibt es an der PC-Version zum Beispiel auch schon, auch für die Spieler, allerdings auch halt noch nicht in Legends, den Endgegner zu zerstören, und dabei gibt es außerdem zusätzliche Aufgaben, die erledigt werden müssen, diese werden auf der Benutzeroberfläche des Gefechts angezeigt, wir wünschen euch viel Spaß, lest weiter, um mehr zu erfahren, und ja, bemannt eines von drei speziellen Schiffen, die Jackal, die schnelle Blade, oder die gut abgestimmte Igor, das sind halt quasi die Schiffe, die wir jetzt quasi schon auch ingame haben, die Jackal ist halt die Nassau, die Blade ist halt die Wakatake, und die Igor ist halt die St. Louis, um die Transylvania beim Erreichen ihres Ziels zu unterstützen, und die Bedrohung durch Rasputin, zu neutralisieren, alle EP, die ihr mit diesen Schiffen verdient, werden am Ende des Events auf den USN-Kreuzer Albany übertragen, also wir werden auf jeden Fall, auch wenn es diese Schiffe mit den Skins quasi in den Games schon gibt, werden wir halt Event-Schiffe erhalten, und diese werden dann quasi für die neun Tage in unseren Hafen sein, für alle, die halt nicht so drauf stehen auf den Halloween-Dinger, macht euch dann nicht so einen Kopf drum, in neun Tagen verschwinden die wieder einfach, und ihr müsst sie ja nicht spielen, wenn ihr davon überhaupt gar nichts haltet, sag ich mal, wenn ihr ein bisschen historisch veranlagt seid, oder einfach nicht auf sowas steht, das ist natürlich immer Geschmackssache, muss ich dazu sagen, allerdings nach neun Tagen verschwinden die Schiffe wieder, und alle EP, die ihr quasi erspielt haben solltet, kriegt ihr dann quasi als Elite-EP auf euren Stufe 1 USN-Kreuzer. Henry, J. Hyde, Victor, F. Frankenstein und Abraham, V. Helsinger, alle mit den höchsten Legionären und dem höchsten Standardrang, also ihr kriegt dann halt sozusagen für diese Schiffe nochmal spezielle Event-Kapitäne, auch wenn es jetzt den Henry, J. Hyde schon mal zum Freispielen gab, für diese neun Tage allerdings halt auch nur, kriegt ihr halt gemäxte Kapitäne, um diese halt für dieses Event zu nutzen, diese gemäxten Kapitäne, könnt ihr die, ja, könnt ihr sehr, sehr wahrscheinlich nicht in den normalen Gefechten benutzen, sondern halt wirklich nur für diese PvE-Gefechte hier, also da könnt ihr auf jeden Fall mal auch ein Genuss von so einem gemäxten Henry, J. Hyde kommen und dann vielleicht auch für euch mal ein bisschen und dann, ja, gucken, ob sich das halt vielleicht lohnen würde, wie sich das halt mal spielt mit so einem maximalen Kapitän, auch für mich, ich selber habe halt auch noch keine, wird es interessant und ja, stehen euch Kapitäne für die speziellen Schiffe zur Verfügung, werden nach Bedingungen des Events jedoch wieder verschwinden, genauer Hinweis, wenn ihr in der vorherigen Version keinen der Kapitäne erworben habt, werden sie nur in der Vorbereitung des Unternehmens angezeigt, falls ihr einen Kapitän des Events besitzt, bleibt euch diese erhalten, während des Events verwendet ihr dennoch die Kapitäne mit den höchsten Rängen, bitte beachtet, dass die Fertigkeiten der Kapitäne des Events so verändert wurden, dass diese am besten zu den drei übrigen Schiffen passen, die Kapitäne entgegen, die ihrem Bein, okay, das sind sogar ein bisschen andere Kapitäne, von daher kann man das halt auch nicht so vergleichen, die wurden halt extra nochmal für das Event angepasst, Wissenswertes über die Transylvania, der Kreis um sie herum bietet Reparaturen an, und damit sie sich bewegen kann, muss ein verbündetes Schiff in diesem Kreis befinden, für die Transylvania wurde eine Reihe von Wegpunkten festgelegt, und falls eines der Gleitschifte oder einer der Gegner sie von Kurs abbringt, wird sie versuchen, wieder zum Wegpunkt zu gelangen, indem sie den Kreis fährt. Okay, interessant. Das Unternehmen selbst bietet mehrere Herausforderungen, erledigt alle rechtzeitig und verdient 5 Sterne, um maximal belohnt zu werden. Denkt daran, dass jedes Schiff eine bestimmte Rolle erfüllt. Genau. Es gibt ja wie gesagt die Jekyll, die Igor und die Blade, das sind natürlich Stadtschiff, Zerstörer und Kreuzer, da muss man natürlich ganz normal, wie halt in den Sternenrefechten, auch versuchen, seine Rolle zu erfüllen. So. Was haben wir denn jetzt hier? Schlachtschiffe können die Katapulte mit ihren AP-Granaten stark beschädigen und helfen euch dabei, die Gegner zu versenken und gleichzeitig die Transylvania zu schützen. Kreuzer eignen sich gut, um Gegnersche die Karses in Brand zu setzen, Schaden über Zeit zu versuchen und die Schadensbegrenzungsteams des Gegners aufzubrauchen. Das ist natürlich auch immer neu. Das ist halt so, wie man halt auch die Kreuzer und Schlachtschiffe und Zerstörer halt auch im Spiel halt normal spielt. Zerstörer vorsachen mit ihren Torpedes großen Schaden, übernehmen Spielaufgaben, entdecken kann Tapulte und können Nebelwände setzen, sowohl für Überraschungsangriffe als auch bei Notfällen. Alle Halloween-Schiffe verfügen über eine Reparaturmannschaft, die besonders in angespannten Augenblicken zum Einsatz kommt. Verwendet diese mit Bedacht. Sobald ihr euch mit einem der Schiffe am Unternehmen versucht haben, benötigt dieses Schiff eine 30-minütige Wartezeit. Ihr könnt entweder einer der verbleibenden beiden Schiffe verwenden oder 75.000 Kreditpunkte zahlen, um die Wartungsarbeiten am Schiff ohne Wartungszeit abzuschließen. Das Unternehmen gab es halt an der PC-Version schon. Das ist schon sehr, sehr eindeutig. Ich habe es halt gestern erst noch mal mit der Sui gespielt am PC, um da mal wieder reinzukommen. Und ja, es ist auf jeden Fall ganz nett. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ist jetzt halt nicht so etwas, was man stundenlang spielen kann. Also kann man natürlich schon. Aber wenn man halt irgendwann die 5 Sterne quasi erreicht hat und halt sich die maximalen Belohnungen abgeholt hat, ist man dann auch irgendwie irgendwann dann halt zufrieden, sag ich mal. Aber es ist halt so ein nettes Gimmick, was auf jeden Fall regelmäßig halt Spaß macht. Jede, der Belohnungen für die Sternenbewegungen, nach Abschluss wird nur einmal vergeben. Deswegen meine ich ja, wenn man quasi die 5 Sterne hat, dann kriegt man halt keine Belohnungen mehr. Außer halt die EP, die man sich noch erspielt, die halt dann quasi Elite-EP sind. Ja, ist halt ganz nett. Und also tut euer Besseres und holt euch alle. Ihr habt dafür jetzt 2 Wochenenden und 5 Werkstagezeit. Genau, das haben sie halt extra so. Über die 2 Wochenenden und über 9 Tage gelegt, damit halt 2 Wochenenden dabei sind, damit halt viele halt auch gefunden werden. Weil ich sag mal, viele werden das halt nur ein-, zweimal spielen und dann ist es halt zu Ende. Und sonst wäre, wenn das halt über längeren Zeitraum laufen würde, dann würde man halt einfach ewig suchen und würde halt niemanden zum Spielen finden. Und ja. Um das Event und dessen Thema zu unterstreichen, wird es einen speziellen Halloween-Hafen für den Zeitraum vom 21. Oktober bis zum 4. November geben. Das ist natürlich ganz nett. Ich weiß halt nicht, ich glaube, man kann ihn nicht ändern. Also für alle, die halt nicht so drauf stehen, müssen da halt durch für die paar Tage. Ist ja nicht so lange, sag ich mal. 21. Oktober bis 4. November hält sich ja noch in den Rahmen, sag ich mal. Und hier nochmal die Belohnungen quasi. Wenn ihr quasi die 5 Sterne erreicht, also wenn ihr 1 Sterne erreicht sozusagen, kriegt ihr 5 Sets von den Halloween-Tarnungen, was halt die guten Tarnungen sind mit 4,5 und 4,5 Prozent. Also die besten Tarnungen im Game. Sehr schön. Bei 2 Sterne kriegt ihr 3 Tage Premium-Spielzeit, was natürlich nett ist. 3 Sterne kriegt ihr nochmal eine Halloween-Kiste, wo ihr dann nochmal die Chance habt auf die Halloween-Tarnung oder andere schöne Sachen. 4 Sterne gibt es nochmal 3 Halloween-Kisten und bei 5 Sterne gibt es nochmal 3 Auszeichnungen. Oh, die USS Alabama. Nice. Holy shit. Endlich stellen wir unser erstes Schiff vor, das für globale IP erforderlich ist. Dabei handelt es sich um die mächtige USS Alabama. Ein richtig geiles Schiff am PC. Schon sehr, sehr gerne gespielt. Eins meiner ersten Premium-Schiffe. Und ein gefürchtetes Schlachtschiff mit 406mm Hauptgeschütz. Hopp-Batterie-Geschützen. Einen großartigen Torpedoschutz. Und einer Höchstgeschwindigkeit von 28 Knoten. Ein Schiff ist nur schwer zu besiegen. So ein Schiff ist nur schwer zu besiegen. Die Alabama kostet 750.000 globale IP. Ich habe es euch ja schon öfter gesagt, es kommen bestimmt globale IP-Schiffe. Und ich habe sogar 800.000 globale IP gerade zusammengespart. Das heißt, ich kann mir die USS Alabama direkt kaufen, weil ich halt genügend zusammen habe. Alternativ, wenn ihr natürlich nicht so viel gespart habt, kann man natürlich noch für Dublon sozusagen Elite-EP in globale IP umwandeln. Das ist natürlich nicht günstig. Da müsst ihr halt gucken. Also ich würde es halt tendenziell nicht empfehlen, weil es schon ein bisschen was kostet. Aber wer quasi dieses geile Schiff haben möchte, muss dann sich halt entweder sehr viele globale IP erspielen. Was auf jeden Fall geht. Wie gesagt, ich habe 800.000 drauf. Ich habe nicht einen IP quasi umgewandelt von den Elite-EP. Alles selbstständig erspielt, weil ich halt einfach sparsam war und diese globalen IP halt nicht immer so rausgebuttert habe. Also von daher schon richtig geil. Und ist auf dem USA-Reiter der Schiffsanzeige verfügbar. Sie bleibt für eine graume Zeit verfügbar. Also die wird nicht für immer drin bleiben. Da wird es dann halt auch so sein, dass die Free-XP-Schiffe, da kommen mal wieder neue rein. Das wird das Ganze so tauschen. Und das ist auf jeden Fall eine geile Sache. Und ja, wenn robuste Schlachtschiffe euer Ding sind, habt ihr jetzt ein weiteres Ziel, auf das ihr hinarbeiten könnt. Bitte beachtet, dass die Alabama nach Erwerb nicht verkauft werden kann. Ihr EP-Verdienst ist um 25% erhöht und die verdienten Zahl an Creditspunkten ist 15% erhöht, als bei den regulären Schiffen der Stufe 7. Auf jeden Fall ein schönes Schiff. Allerdings, ich sage mal, am PC ist es halt so, Alabama ist halt Stufe 8 und Iowa ist halt ein Stufe 9 Schiff. Da müssen wir halt abwarten, ob die Alabama halt im Vergleich zu der doch relativ starken Iowa, wie sie da halt mithalten kann. Weil das war halt auf jeden Fall interessant. Ich habe ja Iowa auch ein bisschen gespielt und ich freue mich auf jeden Fall auf Alabama. Auf jeden Fall ein richtig tolles Schiff. Aber ich weiß halt nicht, ob der Iowa halt das Wasser reichen kann. Da müssen wir auf jeden Fall abwarten. Bitte beachtet, dass das Schiff Spielern, deren Kontostufe noch nicht Stufe 6 erreicht haben, nicht zur Verfügung steht, da es gegen globale EP erhältlich ist. Genau, globale EP kriegt man ja wahrscheinlich erst Kontostufe 7 oder so, vermute ich mal. Und deswegen. So, Benachrichtigungen im Spiel. Also, richtig geile Änderungen auf jeden Fall. Ihr erhaltet von nun an, von Zeit zu Zeit, Benachrichtigungen im Zusammenhang mit euren Erfolgen im Spiel oder mit bestimmten Meilensteinen, die ihr erreicht habt. Wir bieten euch zudem aktuellen, aktuellste Neuigkeiten und Informationen zu besonderen Angeboten im Shop. Das ist natürlich auch nice, dass man da nichts verpasst. Gerade, wenn halt wirklich gute Angebote mal dabei sind, ist es doch immer ärgerlich, wenn man diese verpasst. Auch wenn ich natürlich hier auf dem YouTube-Kanal teilweise dazu Videos mache. Einige der Benachrichtigungen dienen der Information, während andere euch auf den Weg zu relevanten Bereichen des Menüs weisen, bitte beachtet, dass die Benachrichtigungen über die aktuellen Gefechtsergebnisse ebenfalls in die Benachrichtigungsanzeige verschoben werden. Okay, Schiffsmerkmale, diese an noch nicht so versierte Spieler und Spielerinnen gerichtete Funktionen kennzeichnet die Besonderheiten von Schiffen mithilfe farbiger Symbole. Okay. Ah, okay, das ist wahrscheinlich das hier gemeint. Schnell, okay, das ist natürlich schöne Anzeige, da sieht man halt direkt mal so ein paar Eigenschaften der Schiffe, das ist natürlich toll, erleichtert halt so das ein bisschen und zeigt halt die Stärken und Schwächen von bestimmten Schiffen, beziehungsweise eher die Stärken, ich glaube, die Schwächen werden jetzt hier nicht aufge... zeigt, oder doch, hier grün für Vorteile, rot für Nachteile, weiß für Eigenarten, das heißt Eigenschaften, die einzigartig sind und die je nach Zusammenhang vorteilhaft oder auch Nachteil sein können. Okay, das ist natürlich ganz nett, macht es einfach ein bisschen übersichtlicher, um gleich direkt einen kleinen Einblick zu kriegen auf das Schiff. Sehr schön. Bitte beachtet, dass ein Schiff, das keine Nachteile hat, nicht automatisch ein Schiff überlegen ist, genau, was dies tut, aber ihre Nachteile können schwieriger zu nutzen sein. Bitte beachtet außerdem, dass die Eigenschaften die Werte des Schiffes nicht beeinflussen, die ergeben sich stattdessen aus dem, was das Schiff zu bieten hat. Die Eigenschaften sind unter einem neuen Reiter Übersicht im Menü Bewaffnung und Verbesserung zu finden. Also genau, ihr sollt euch auf jeden Fall nicht davon verleiten lassen, weil nur wenn jetzt hier ein Schiff vielleicht nur grüne Sachen hat, da heißt das halt nicht, dass das Schiff jetzt automatisch besser ist wie eins, was nur eine grüne Sache und zwei rote Sachen hat, weil vielleicht ist halt die andere grüne Sache bei dem Schiff halt so gut, das ist halt einfach auch den negativen überlegt und da solltet ihr auf jeden Fall nicht verleiten lassen. Jedes Schiff ist auf jeden Fall gut spielbar, es ist halt wirklich von dem eigenen Spielstil abhängig und jeder kann sich da halt so ein kleines Bild von machen. Änderung der Gefechtsauswertung, die Statistik nach dem Gefecht zeigt hier jetzt auch detaillierte Informationen zum Thema Wirtschaft. Geil, das haben wir ganz, ganz lange schon gewollt und zu möglichen Premium-Vorteilen an. Ihr findet diese Infos nach einem bestimmten, nach einem Gefecht unter dem Reiter Wirtschaft. Das ist natürlich richtig geil, ich kann es jetzt hier auch mal groß machen, also quasi, wenn jetzt hier, vorher hattet ihr die persönliche Wertung, da seht ihr, was hier halt quasi einen Schaden gemacht hat, wie viel EP habt ihr bekommen, denn das Team-Ergebnis und Wirtschaft ist jetzt quasi neu und jetzt seht ihr quasi, im Gefecht verdient, habt ihr jetzt quasi, ja, 71.000, äh, lasst mich mal kurz gucken, genau, also ihr habt jetzt quasi 73.000 Credits verdient, das stand halt quasi am Ende dahinter und, ähm, wenn ihr quasi einen Premium-Account haben wolltet, was hier auf diesem Bild jetzt quasi nicht aktiv ist, wären das dann halt irgendwie, keine Ahnung, 100, 111.000 oder sowas, äh, ne, 101.000, oder? Ne, doch 111.000 und, ähm, ja, die Wartungskosten sind sozusagen 131.000, das ist natürlich interessant, dass das jetzt dabei steht und, ähm, ja, bei diesem Ergebnis hätte man dann quasi, äh, ohne Premium, hätte man dann quasi, äh, 57.000 Credits Verlust gemacht und mit Premium wären es dann 20.000. Viele haben sich ja mal gewundert, ja, warum, warum werden meine Credits nicht mehr, ich mache da immer Credits, weil einfach diese Schiffswartungskosten halt ein bisschen versteckt waren, die man halt nur wusste, aber halt nicht angezeigt bekommen hat und daher sehr schöne Änderungen zusätzlich, ähm, auch das mit den Erfahrungen, da könnt ihr direkt sehen, wie sich das zusammensetzt und was ihr noch mit Premium dazukriegen würdet, genauso wie mit den globalen EP und mit den Commander-EP. Auf jeden Fall eine nice Sache, sehr, sehr schön. Sonstige Änderungen, die französischen Schlachtschirme sind jetzt vollständig erforschtbar, solltet ihr noch Container des vorigen Updates haben und dadurch in den Besitz eines französischen Schlachtschirfs gelangen, wird es zum vollen Preis in Credit-Punkten vergütet, äh, Reste von Talern werden zum Kurs von 7500 Kreditpunkten pro Taler vergütet, Admiralitätsgegenstände sind nicht mehr gegen Taler erhältlich, also ihr solltet auf jeden Fall die Taler quasi, äh, wenn ihr da noch genügend habt, noch eintauschen, ansonsten werden die automatisch, äh, verrechnet. Franz können bis zum Ende des, äh, Atari-Feldzugs eingesetzt werden, einige der Aktionen des, äh, Hafenmenüs, äh, wie die, äh, wie das Anbringen von Boostern und Tarnungen werden nun schneller eingeführt, das ist natürlich geil, es wurde ein Filter hinzugefügt, ähm, mit dem man Halloween-Skins aktivieren, beziehungsweise deaktivieren kann, ah, das ist natürlich auch nice, dass das jetzt schon kommt, sehr geil, das heißt, wenn ihr quasi die Halloween-Skins einfach nicht sehen wollt, einfach nicht draufsteht, weil ihr einfach so ein bisschen historischer veranlagt seid, dann könnt ihr diese jetzt quasi, ähm, ausblenden, was natürlich geil ist, ähm, dann müsst ihr halt nicht diese, ähm, abgespaceden Skins sehen, wenn ihr halt einfach da nicht der Geschmack, äh, ja, nicht so auf den Geschmack, äh, kommt oder nicht, das einfach nicht mögt, sag ich mal, das ist auf jeden Fall ganz nett, äh, dieser Filter, äh, hat jedoch keinen Einfluss, äh, auf das Aussehen, der am Unternehmen, äh, die Transylvania-Schützen, genau, die Event-Schiffe, die können halt dadurch nicht verändert werden, äh, beteiligten Schiffe, wenn eines der Skins aktiv ist, diese aber nicht angezeigt wird, solltet ihr die Einstellung überprüfen, okay, also müsst ihr nochmal überprüfen, und, äh, ja, die Tonmischung bei der Verwendung des Sprachschets wurde verbessert, dann haben wir hier noch ein paar Bugfixes, das ist auch schon relativ das Ende, leider, was ich natürlich noch gehofft hätte, ein Filter am Hafen, ein Hafenfilter, das wäre natürlich noch top gewesen, leider noch nicht dabei bei diesem Patch, weil momentan, wenn man halt wirklich alle Schiffe besitzt, oder fast alle, ist es doch relativ anstrengend, von ganz links, von den Amerikanern nach ganz rechts zu den Franzosen zu gehen, weil es doch sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, und, und ja, hier die Bugfixes, einmal noch, ähm, nach einem Gefecht schaltet sich die, äh, Musik im Hafen aus, okay, äh, die Stummschaltung von Spielern und Spielern konnte nicht aufgehoben werden, nachdem sie den Sprachschet ausgeschaltet hatten, ähm, Aufträge, äh, waren als abgelaufen angezeigt, es fehlte die Verborgenheitsanimation bei Schiffen, die sich in einer Nebelwand befanden, okay, äh, es konnten kein, es konnte, es konnten kein Spieler in einer Division eingeladen werden, nachdem die Verbindung zum Spiel getrennt und danach erneut wiederhergestellt wurde, okay, das sind jetzt bis jetzt alles Bugs, wo ich mehr oder weniger nicht von betroffen war, in seltenen Fällen konnte es vorkommen, dass die Benutzeröberfläche beim erhöhten, äh, beim erhöhen der, äh, Ränge von Kapitänen und dem Mehrfachdrücken von A, beziehungsweise X bei Playstation einfror, was mir auch noch nicht passiert, nach Beenden der Anzeige bestimmter Auftragsdetails wurde die falsche Auftragskarte angezeigt, äh, der Fächer der Torpedoerfassung wurde weiß startbereit angezeigt, äh, der Befehl konnte aber nicht ausgewählt werden, der Grund lag an einer nicht ordnungsgemäßen Anzeige des Torpedofächers bei einigen Schiffen, mehrere Bewegungsanimationen der Auftragskarten wurden korrigiert, die fehlenden Symbole in dem Nell, ähm, Befehlsrat wurden wieder hergestellt, also auf jeden Fall hier noch ein paar Bugfixes, vielleicht jetzt nicht so interessant, aber was natürlich richtig geil ist, also auf jeden Fall, dass wir jetzt quasi eine detaillierte Wirtschaftsübersicht haben, was top ist, auf jeden Fall, ähm, ich sag mal, ja, die Schiffsmerkmale sind halt ein nettes Gimmick, ähm, ja, das erste Free-XP-Schiff, die USS Alabama, nice, kann ich mir direkt am ersten Tag holen, ich hab halt die globalen EP zusammen, das ist natürlich richtig nice, da freu ich mich drauf, ich weiß aber nur noch nicht, ob es wirklich mit der Iowa mithalten kann, weil die Iowa doch relativ stark ist, aber es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Schiff, definitiv werde ich mir hundertprozentig holen, und gehen wir nochmal nach oben, ähm, genau, denn noch den PVE-Feldzug sozusagen, hat man auf jeden Fall sicherlich ein paar durchgängige Spaß, bis man dann die 5 Sterne erreicht hat, und, ähm, das war auf jeden Fall auch ganz nett, gerne öfter so eine Events, und, äh, ja, natürlich wieder einen richtig nice Feldzug hier mit der Atago, da können wir uns richtig drauf schreuen, Atago, wirklich ein gutes Schiff, am PC, wird auf der Konsole wahrscheinlich ähnlich sein, auch, auch wenn wir da noch keine Werte haben, aber, ja, da haben wir jetzt hier auch schon mal die Übersichten nochmal in der Übers, äh, quasi, ähm, ja, Pyromanie, also macht gut Feuer, dann zusätzlich noch ein hoher HE-Schaden, das heißt, der Alpha-Schaden, also die HE, wenn ihr das Gegnerschiff schießt, ist hoch sozusagen noch, zusätzlich dann halt noch die hohe Brandwahrscheinlichkeit, also wirklich ein richtiger Feuerteufel, um vielleicht ein paar gegnerische Schlachtschiffel abzufackeln, und, äh, ja, als Nachteil ist halt wirklich träges Anvisieren, was halt mehr oder weniger, ähm, ja, die Turmdrehgeschwindigkeit wahrscheinlich sein wird. Hier nochmal ein bisschen größer das Symbol zu sehen, und ja, ich würde sagen, das war soweit, ähm, das Update, auf jeden Fall, äh, ich freue mich auf jeden Fall, wirklich sehr schöne Änderungen mit den Kapitänen jetzt, dass man wirklich die Möglichkeit hat, jetzt, ähm, teilweise Kapitäne halt, ähm, erstens mit, ähm, Kapitäns-LP zu bekommen, und zusätzlich, äh, wenn man halt quasi Dupload ausgibt, halt auch leichter die neuen Kapitäne bekommt, was halt auf jeden Fall verdammt geil ist, also, ich freue mich auf jeden Fall auf das Update, ihr werdet sicherlich am Montag hier auf dem Kanal das ein oder andere Video sehen, eventuell mache ich mal einen 5-Sterne-Run mit dem PVE-Event, oder, ähm, es gibt die Atago zu sehen, oder vielleicht sogar die USS Alabama als Vorstellungsvideo, da ist auf jeden Fall einiges an geiler Stuff zu sehen, und, äh, es lohnt auf jeden Fall auch hier gerne mal ein Abo da zu lassen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, das war's soweit mit den Patch-Notes, auf jeden Fall schöne Patch-Notes, schreibt auch gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet, ich finde die auf jeden Fall sehr, sehr gelungen, und ich freue mich drauf, haben wir auf jeden Fall wieder gut was zu tun, äh, es kommen zwar jetzt mehr oder weniger keine neuen, ähm, Schiffslinien dazu, aber dadurch, dass, äh, jetzt die Französischen aus dem Early Access rauskommen, bin ich eigentlich auch recht froh, ich bin jetzt immer noch, ähm, dabei quasi gerade die Bismarck mir zu ergrinden, und, ähm, wenn jetzt schon wieder eine neue Linie kommen wäre, dann kommt man halt irgendwann nicht mehr hinterher, weil man natürlich nicht immer nur die neuen Schiffe spielen will, sondern halt auch noch mal ein paar alte, und, ähm, von daher finde ich das okay, dass es jetzt, ähm, keine neue Linie gab, weil es ja quasi mit den letzten Updates sozusagen, ja, zwei Stück neu gab, einmal die Französischen Kreuzer, und dann noch die Französischen Schlachtschiffe in Early Access, und wer natürlich die Container, äh, gekauft hat, und Glück hatte, hatte jetzt schon den Genuss bekommen, für alle anderen, äh, kann man natürlich jetzt die Richelieu freispielen, ähm, die ist natürlich auch ein tolles Schiff, also Richelieu, ähm, könnt ihr quasi ab Montag dann auch spielen, wenn ihr jetzt entsprechend schon genügend Punkte auf eure Lyon freigespielt habt, könnt ihr euch diese halt direkt am Montag erforschen. So, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen, ich hoffe, äh, äh, ich konnte euch ein bisschen so hier durch die Patch-Notes durchleiten, auch wenn es ein bisschen gedauert hat, aber schöne Änderungen auf jeden Fall dabei, und, äh, ich bedanke mich fürs Zuschauen, lasst auf jeden Fall ein Like da, ich würde mich wirklich freuen, ein Abo wäre spitze, und, äh, schaut auf jeden Fall auch auf meinen Kanal vorbei, gerade nächste Woche, wenn der Patch live ist, wird es, ähm, auf jeden Fall im Laufe der Woche zu allen neuen Inhalten Videos geben, ich weiß noch nicht, ob ich alle Videos Montag hochlade, oder, äh, verteilt, auf jeden Fall gibt es dann ein Atago-Video, dass wir da quasi eine Vorstellung der Atago machen, wir werden ein PvE-Event mit 5 Sterne beenden, und wir werden die USS Alabama, ähm, fahren, und, äh, ja, Recherieux werde ich mir noch ergrinden, das dauert noch ein bisschen bei mir, aber die anderen neuen Schiffe werdet ihr auf jeden Fall wie mir sehen, und ich bedanke mich beim Zuschauen, und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video, haut rein, ciao, ciao,